Ich bin Heidi Berns, komme aus Kevela und unser Hund heißt Bobby. Mein Mann ist übers Internet aufmerksam geworden und hat ein Foto von Bobby eingeschickt. Bobby ist ein sehr eigenwilliger Hund, hat einen starken Charakter, aber er spielt gerne, frisst gerne. Also seitdem der Bobby mehrere sensitiv bekommt, hat er keine Hautprobleme mehr, die er vorher hatte. Bis zum nächsten Mal.